Wir haben uns inspirieren lassen, einfach von dem Instrument. Das ist das Instrument der einfachen Leute und somit eigentlich auch aller Leute. Kurden, Türken, Sunniten, Aleviten, ganze Palette. Also alle spielen und alle respektieren das. Das gehört irgendwie allen. Das ist sehr schön. Wir machen die erste Doku über dieses Instrument. Wir haben Arif Saar im Boot. Und ich kann Orhan in Dubai auch holen. Wie viele Themen zur Türkei oder zum Iran oder zum Aserbaidschan gibt es? Und wie viele Themen gibt es zu Südamerika? Wer prägt das Interesse der Gesellschaft? Nahe Osten interessiert uns eh nicht. Außer hier Dubai und arabische Prinzessinnen mit Bauchtanzklamotten. Aber ich nehme an, oft wird das so sein. Wie viele Flip der